Sniperino, Leute. Hau die Wetten raus hier. Puh, 66% denken, Sniperino holt den. Ja, okay, 40%. 50 M-Bits Download sollte eigentlich reichen. Ja, easy. Weil allein wenn dein Download ist ja größer als mein Upload. Naja, im Vertrag und so steht oft, dass man so viel hat. Ich sollte eigentlich auch viel mehr haben, als ich dann eigentlich kriege. Ich müsste es mal einen Test machen, wie viel du wirklich getastet. Aber sie wird mehr haben, als 2 M-Bit. Und das ist ja das, womit ich hochstreame. Verlebt gerade. Hab sie gefunden, ich werde sterben. Soll ich sie träuten? Oh, Sniperino will sie träuten. Ich werde bestimmt Geist nehmen, oder so. Mann, da, Kraken. Aber der hat so einen schönen großen Kopf. Ja, das stimmt. Ich muss ihn nur verlangsamen. Und dann müsst ihr ordentlich Schaden machen. Ah, ihr Speedtest, der gibt 50 irgendwie. Oh, okay. Ich hoffe, der bleibt wieder am Sponji. Ich muss den noch ein paar Mal mit Gobi erwischen. Das ist jetzt so. Warum ist denn so langsam so? Dann liegt das aber nicht daran, an deinem Internet halt. Du musst das an irgendwas anderem liegen. Wenn ich ungrinst. Aber bei mir ist, äh, leckt der Stream nicht nur so zu und ich habe ja eigentlich auch jetzt keine hohe Quali, ne? Ich habe ja nur zwei, mit zwei Mbit stream ich halt hoch. Ja. Aber ist halt komisch, dass Steffi es bei anderen nicht hat. Eben. Ich mag zu. Alle Kranes. Ich mag Turtles. Ich mag Turtles. Kennt ihr das Video? Ja. Hey, little turtle. Trotzdem. Hey, what's on your mind? World domination. Stimmt, Steffi hat jetzt das Dingens von Exe, die Farbe von Exe. Jo. Jo. Steffi ist halt sehr abwechslungsreich. Darf sie das? Ja. Ach, Exe glaubt ihr das so. Nein, hier liegt nur eine Kadao. Wihuu. Hier ist er lang. Nice. Ja, oder der schleicht halt. Der wollte uns doch trollen. Oh, weh. Gold. Kind, wieder. Geruch, Geruch, Geruch. Uh, sehr schön. Das ist der beste Vorteil. Der ist auf jeden Fall mega nice. Das war ein Fernseher. Okay, gut. Boah. Der ist hier bei mir irgendwo. Hier kommt er auf euch zu. Kommt auf uns zu? Ja, da vorne. Ja, siehst du doch. Oh, Funke ist ganz allein. Ist das geil. Ah, ich seh's. Geh links. Wie hab ich den verfehlt? Das denke ich mir manchmal auch. Wie kann man das verfehlen? Er geht zurück. Ich geh nach hinten. Er ist ja nicht schlimm, weil dann kommt Funke. Ah, schade. Er ist drin, er ist drin. Ja, na klar, er drin. Er ist klar. Vorsicht, Safer. Du kannst nicht genug werden. Doch, hab ich mein Schild. Komm aber nicht an. Ja. Oder Tyrannis wäre ich hier mit dem Bach. Gut zu wissen. Nein, der hat mich. Ja, immer defensiv spielen. Na ja. Oh, fuck. Rede für's Tor, ein Experte. Auf 100%. Danke, Exel. Bitte. Wie kommt's, dass die das so abgetackt haben mit den Dingen zu nacken? Die müssen keine Ahnung, was wir das für Kayla eingefügt haben und wahrscheinlich irgendwas vergessen haben. Hat's dann auf alle übertragen. Vielleicht liegt's auch nur, wenn Kayla mitspielt. Das kann auch so sein. Ja, ich hatte sowas letztens. Irgendwann hab ich was für Slim bekommen, obwohl ich halt nicht Slim war. Ja, schon. War bei Funky. Vielleicht ist es auch wegen Funky. Wer weiß das schon. Stimmt, Funky ist bisher immer... Funky, pass auf, der gibt dir einen Strike gleich. Ja, Funky, ich bin von mir weg. Ich sag ja, spiel nicht so offensiv. Ja, weiter Strike. Das ist halt mega kacke. Wird ich mir entscheiden. Funky, pass auf die Schwache. Entdeckung! Fakt, genau rein. Mein Gott, das ist so schwer. Oh, Panzerreduzierung hilft bei 75%. Ja, ne? Was mit Funky? Das darf deiner Weile... Die Panzerreduzierung... Die Panzerreduzierung... Blitzschlag, aufgepasst! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab grad jetzt nicht full health. Sag jetzt so aus, als hätte mir der Blitzschlag grad mein Leben zurückgegeben. Ja, das war ich aber okay. Ja. Ich hab da was nicht für acht. Das ist Monster zu finden. Ja, Gobi hat's gefunden. Wie geht's denn? Finde das Portal. Funky ist die Portale noch nicht so gewohnt, hm? Funky kommt zu mir. Die sind schwer. Mach dich unsichtbar. Ja. Die ist in der Volle. Du auch. Hau ab. Du musst hier raus auf jeden Fall, wenn er auf dich geht. Er will dich unbedingt haben. Meine Medipistole sind auch eher. Wie man da nicht auf dich geht, Grants. Mit dem Medipistole. Äh, hä? Ich hab da nur Hälfte in der Idee. Ich bin doch Funky. Fokussiert dich eng. Ne, ne. Erst eben hat er Blitzschlag und alles auf mich gemacht. Echt? Oh. Oh, Funky, Alter. Medipistole ist leer. Mach's okay. Hat aber gut kassiert. Die ist mal Hälfte leben. Ja. Schifferspekt. Oh, ich hab das Elite hier. Ich muss sein. Dankeschön. Er hat eh keine Wissen mehr. Wissen. Ich weiß, aber er hat noch ein bisschen Rüstung, deswegen krieg ich mein Elite-Dinnerdruck. Aber ne, Experte bin ich ja eh. Ja, aber Elite schon. Ich auch. Ich hab's schon gekriegt von dir. Danke, Grants. Die sind, glaub ich, alle schon Experte. Erkennst du diese Waffen, Tate? Erkennst du diese Waffen? Erkennst du diese Waffe? coolen Typen ausgedacht, also ist das schon im Charakter her. Auch wenn ich es sehr cool ist und ich finde, dass sie sich so selbst Monster-Dumat-latschen. Man muss aber riskieren, wenn man Monster-Jahre will. Exer hier. Ich habe das Gefühl, wenn man auf die Minen schießt und die explodieren, machen die nie Damage, egal wie Nadia in einem Trance. Das weiß ich gar nicht. Ich bin gerade durchgegangen, als ich auf sie geschossen habe und habe keinen Schaden gekriegt. Das wäre cool. Ich denke mal, er will gleich Evolven. Wird sein. Ist jemand hinter mir? Äh, alle außer ich. Ne, warte. Doch. Hier links. Ich bin ein bisschen weiter hinten. Schmeiß mal Gobi nach rechts gleich. Ja, hier sind seine Spuren. Ja. Jo, kaum ist mein Ding ins Weg, kommt so ein Drecksvieh oder was. Wer war euch? Ne, ne. Achso. Jo. Jo. Warte. Können wir uns noch den Buffy ansammeln. Ich glaube, ihr wollt hier unten drin. Okay, Phase 2. Die gute Nachricht ist, die meisten dieser Kämpfe enden bevor das Monster Phase 3 erreicht. Ja, hier hinter. Wenn du trappen kannst, trap ihn. Hier ist er. Was ist das? Was ist das? Ist der drin? Nein, der ist nicht drin. Nee, der ist nicht drin. Oh, Exel. Aua. Wo? Äh, wo? Hier oben? Ach, hier oben. Franky! Hebe seine Panzerung auf! Wenn du sie erkennen, hätte er schon geantwortet, Kayla. Kann ich nochmal fragen. Fliebenschlag! Nee. Wenn man auf die schießt, kriegt man keinen Schaden. Nice. Ich hab's grad bei Franky ausprobiert. Ich hab ihn gefunden. Er schleicht davon. Er legt sich auf! Oh, fuck, ist richtig tot. Oh, geil. Ah, wie fühlen wir uns nicht? Ja. Er legt sich voll in die Fresse. Wieso? Der Trapper ist tot! Oh. Ey, wo war der? Der war quasi genau hinter mir. Weiß ich ganz selber nicht. Okay. Ich hab ihn nämlich noch ganz kurz gesehen und dann bin ich weggesprungen. Geht's schon mit Glasflaschen. Das gibt's ja auch noch. Der ist ja natürlich da drüben, ja. Ja. Ja, ich seh ihn. Wo siehst du? Ja, da wo ich hingeschaut hab, da war er gerade. Also direkt hinter dieser Pflanze eigentlich. Pflanze! Das ist jetzt also mein Leben. Seht ihr? Das Vieh ist uns nicht entwischt. Das sind irgendwelche Assgeber, die was entdeckt haben. Ach, die ganzen Days, die da hinter dir sind. Weißt du? Sie beschwert sich darüber, dass sie uns aufklären muss, ob da ne Pflanze ist oder nicht, ne? Aber hat sich selber dafür halt entschieden, das hier mitzumachen. Schon dämlich, oder? Naja, es ist halt kein leichtes Leben hier als Jaja. Der hat sich ja ausgesucht. Mhm. Da ist er. Seht ihr? Das Vieh ist uns nicht entwischt. Er geht rechts. Ich geh mal rechts. Franz. Franz denkt sich nur so, I don't fucking care. Ich hab Teleporter. I don't care. Ach, ich dachte, ihr gehts links weiter. Äh. Ist er nicht links? Er ist dann wieder zurückgegangen, glaube ich, bei ihr. Ich wollte nur einen Weg abschneiden. Ich glaube, er ist einfach wieder umdreht. Ja. Ah, Funke kommt auch wieder. Yes. Der ist hier. Der geht wieder rechts vom Stein. Der geht wieder rechts vom Stein. Noch nicht durchgehen. Ich hab noch kein neues. Muss zum Orangenen gehen, Funky. Jo. Alles klar. Bin ich auch fast da. Wo geht der Langshilfe? Er ist bei mir. Ja. Okay, wenn jetzt gleich das Portal sich neue Dinge ins, kannst du durchgehen. Vorsicht. Wo ist das? Ah, hier. Von dir war, glaube ich, gar nicht die Rede. Oh Gott, der ist ja direkt bei mir. Oh mein Gott. Habe ich ja gesagt, der ist da. Au, 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 au. Passst du auf, auf Exit zu gehen? Du Monster, du. Nein. Liege. Funky, hebst du. Jo, ist hin unterwegs. Ist das wieder da? Bist du nicht weg? Ein Charge auf. Voll durch die Miele geflogen. Sehr schön. Verpiss dich. Dann habe ich sie da oben. Vielleicht ein Blitzschlag. Ja, will ich schon wieder down kriegen? Ja, ja, ich geh schon, dann. Oh, genau, ist meine Miene drauf. Karina ist gleich weg. Oh, wirklich? Wie schaut das eigentlich aus, wenn du mit deinen Minen auf seine schießt? Verfolgen die denn die Miene? Verfolgen sie die Miene? Achso. Wirst du direkt drauf schießen. Okay. Kommt zurück. Wechsel? Okay. Kommt zurück. Kommt zurück. Mach schon. Aua. Liebschlag, aufgepasst. Oh, fuck der auch noch schon eine Schnappergugel. Ja, da fliegt er wieder weg. Ja, das ist schon relativ viel Schaden. Okay. Aber irgendwie mit Kayla hat es diesen Rhythmus von Monster, also angreifen, Schild weg und dann Schaden machen weggenommen komplett. Danke. Ich bin hier, Support. Betäubungsgewehr bereit. Ja, ja, den hauen wir jetzt ganz guter Leben weg. Ja. Wieso hat es da oben markiert? Ja, wurscht. Ich habe Gobi. Will er kämpfen, oder was? Ja, der will, der will mir wieder was eindrücken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Äh, keine Chance. Bin ich weg gekommen. Oh, das war wirklich Schaden. War nur Schild? Hier ist ein Bach. in meine richtung unter zweiter stehen für panzer reduzierungs experte danke ich mache das für das ganze team wollen wir hinterher ich meine wir können ihn eigentlich nicht wirklich da da hinten fliegt da wie weit hinten so weit das ist der ach du hast es neu aufgestellt sehr gut hat es dir Scheiben gemacht? ne nein davon noch weggeschossen ja eben deswegen wollte ich nochmal fragen kommt durchs portal schnell das Vieh ist da drüben erinnst du die? deine eigenen Waffen sehr schöne Rutsche ouch ich nehme die Medipistole ach der kommt zurück technologie ist was feines wie fühlt ihr euch leute? ah kann man rechnen ich finde Kayla ist ein guter Ersatz für den Monster gegen Monster Game Modus er kommt zu dir safer ach ich habe Exe jetzt kämpft er gegen euch? ja ja er will mich das muss ich meinen ah versuch zum portal zu gehen Exe ich mach dich unsichtbar dann ich komm da jetzt der macht das portal jetzt glaube ich ne ne doch komm ich nein aber du bist doch unsichtbar oder? nein ich habe es aktiviert eigentlich ich bin unten ich bin nicht bei euch Aua hab ich endlich mal ein Jet Pit wieder aufgeladen und sowas ok durchs portal leute ach Funky ist auch wieder da yes hier links Funky dann kannst du sofort trappen sogar ok wo auf gehts Gobi hat das wie gefunden das wird dir nicht gefallen Krake aber wir Minen von Kayla sind viel klasse Achtung Glitze ist er drin? ja denk schon ja boah da komm ich endlich drauf und dann macht er den Schicksalz boah da komm ich endlich drauf und dann macht er den Schicksalz tot und dann war ich auf einmal wieder am Leben war es nicht tot ne du warst gefangen irgendwo ich bin da und mach weiter danke Axel mich in Kämpfe verwickeln lassen ne ne bitte euch alle jetzt einfach dann läuft die Zeit runter ja wir kriegen den jetzt aber eh die Arena ist gleich weg wer ist da ich glaube er hat wieder aufgegeben oh warte wenn er wieder aufgegeben hat dann nicht 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 feuer auf den Schwachmunk was für eine Phase anders lass ihn einfach so lange da stehen bitte bitte lasst mich das machen jetzt mach einfach nur ich verlangsame einfach nur in der Zeit nein ich hab einfach nur ich verlangsame einfach nur in der Zeit wieso ist er gestorben du konntest ja nicht ließen wie das was ey ich hab nur Schadensding drauf gemacht äh also Rüstenbring und ich hab nur verlangsame meine Minen die ich uminfiziert hab ey du aber ich bin schon länger dran als du einstufungsmatches ein Punkt ich glaub ich hab zwei Punkte gekriegt ach Kayla ey die neue Liebe ist entflammt 13.000 Schaden mit dem Tesla Gewehr boah geil 21 mal einen Monster Stufe 1 geführt 1.600 mit dem 2.000 mit dem Stirngewehr mhm 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 3 Kopfschüsse Leute ich muss noch 10 machen ich nur noch 10 sei froh 21.944 Schaden geheilt wie viele Kopfschüsse musst du insgesamt machen 17 Video nur ja ich weiß nicht wie viel mit Cabot machen 2 3